Diese 26 Minuten Powernap mit Hintergrundmusik ist ein wahres Multitalent, denn sie aktiviert deine Chakren, sie lädt deine inneren Akkus wieder voll auf, sie pusht deine Stimmung auf völlig natürliche Weise und sie kostet dich unter dem Strich keine Zeit, weil sich dein Nachtschlafbedarf entsprechend reduziert. Hey, ich bin Matthias Schwehm, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren, Begründer von Hypnoking und ich selbst Powernap, seit ich 15 Jahre alt bin. Kurz nachdem ich vor 24 Jahren mit Selbstbewusstseinstrainings anfing, führte ich Powernaps auch im Teilnehmerfeld ein, ja, mit durchschlagender Wirkung und neben dieser Powernap, die dir in Anführungszeichen nur zur tiefen Entspannung dient, biete ich mittlerweile insbesondere viele Powernap-Reihen an, die gleichzeitig auch noch dein Selbstbewusstsein stärken. Wenn du diese Powernap hier nebst 100 weiteren Powernaps kostenlos auf deinem Handy in einer App versammelt haben möchtest, dann geh jetzt mal auf schlafquickie.de, da kommst du kostenlos an diese App heran, in der bereits über 100 meiner besten Powernaps auf dich warten, werbefrei und in der App kannst du insbesondere auch die Powernaps runterladen, sodass du ohne Internet zu jedem Zeitpunkt Powernappen kannst. Jetzt ganz viel Spaß mit dieser 26 Minuten Powernap mit Chakren aktivierender Hintergrundmusik. Ich bin Matthias Schwehm. Du weißt, dass du mit aufgeladenen Akkus wieder leistungsfähiger sein wirst. Lass einfach los. Gedanken, die dich beschäftigen. Kannst du beispielsweise mit einem magischen Stift auf eine schöne Wolke schreiben und ziehen lassen. Sollte dich etwas festhalten oder belasten, kannst du dir ganz einfach vorstellen, dass du für wenige Minuten sozusagen unsichtbar und unberührbar für alles andere sein wirst. Was dich festhält, greift damit ins Leere. Was auf deinen Schultern lastet, fällt zu Boden. Einfach loslassen. Deinen Körper atmen. Einfach loslassen. Deinen Körper atmen. Wunderbar. 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 Einfach. Wunderbar. Wunderbar. Einfach. Wunderbar. Deine Augen dürfen sich entspannen. Deine Augen. Deine Augen decke. Alle Muskeln in deinem Gesicht. Alles darf sich entspannen. Einfach loslassen. Jeder Muskel, den du gerade nicht brauchst, darf sich vollständig entspannen. So können sich deine Akkus gut laden. Deinen Körper atmen lassen. Neue Kraft tanken lassen. Alles und Alters loslassen. Jetzt. Ganz in dir ruhen. Vielleicht sogar. Das Gefühl des Schwebens. Haben. In vollkommener Sicherheit dich ganz. Geborgen. Fühlen. Getragen. Von dem. Was alle trägt. Wie herrlich. Dieses Loslassen. Dieses Entspannen. Einfach so. Einfach. 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 Vielleicht. Mit einem Strahlen in deinem Gesicht. Oder einem inneren Lächeln. Ganz gleich du gehörst dir. Dein Körper gehört dir. Dir. Deine Energien gehören dir. Du darfst ganz und gar. In deinem Körper ruhen. Ausruhen. Ganz bei dir sein. Ob du meine Stimme hörst. Oder deinen Gedanken folgst. Oder ganz woanders bist. Herrliche Entspannung. Einfach sein. Du bist Ruhe. Ruhe. Gelassenheit. In einer Oase. Der Entspannung. Erfrischung. Vielleicht sogar ein wenig wie neu geboren. Einfach ziehen lassen. Einfach ziehen lassen. Du schaust der Karawane nach. Die Gelassen. Ihren Weg. Weg. Geht. Entspannt. Weg. Wie im Traum. Oder ist es jetzt? Eine Fata Morgana. Eine Luftspiegelung. Ganz gleich. Ganz gleich. Entspannung. Ruhe. Wie ein Mini-Wellness-Urlaub. Am sichersten Ort. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. In deinem Körper kannst du. hältfają. Ruhe. Kannst du dich ausruhen? Kannst du dich sicher fühlen? Können sich deine Zellen ganz von alleine mit frischer Energie versorgen? Und deine Akkus aufladen. Entspannung tanken. Alles andere ziehen lassen. Gelassen. Einfach gehen lassen. Zehn. Lassen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und nun kommst du wieder in die Gegenwart zurück. Deine Akkus sind neu geladen. Die Kraftwerke in deinen Zellen fahren wieder in die passende Höhe. Spüre deine Energie, spüre deine Energie und du bist wieder voll und ganz im Hier und Jetzt, mit jeder Wiederholung dieser PowerNap-Selbsthypnose wird dein Körper tendenziell noch tiefer und noch schneller eintauchen können in diese tiefen Erholung. Viel Spaß dabei wünscht dir, wünscht dir Matthias Schwemm. Der WITH LRÜ crossover Hai. values roughly 20-33 bis 29-33 mission am Twitch, 2020 Schrecklich ein gegebenen��, für die Ausdλιung des ZDF veronen ouisz der Welt. Und du bist. Und du bist ein Mach. Und du bist. BIRDLE 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017